So, hallo und willkommen zurück zu Far Cry 3. Entschuldigung, ich musste abrupt die Folge abbrechen. Und jetzt geht's eigentlich normal weiter. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt einfach so reinlaufen? Das ist jetzt einer der Zielpersonen. Ich soll heimlich und unbemerkt töten. Irgendeinen Varan haben wir getrunken. Ich guck erstmal, ich guck mal, ob ich da hoch kann. So wie ich die Spiele kenne, wird der schwerste natürlich die Lösung sein, also irgendwo da oben. Oh. Hallo? Noch einer. Fuck. Ich weiß nicht, ist er das? Weil das Problem ist, es sind drei Leute hier oben. Wir müssen hier sein. Okay. Was ist das? Was ist das? Nichts. Ich hoffe, dass er das ist. Der muss jetzt nur noch hierher kommen. Wie ein Heiligenschein leuchtet das. Okay, nichts dabei, oder? Das ist eigentlich hier am besten. Wir warten jetzt erstmal, bis er wieder hier ist. Das kann zwar ein bisschen dauern, aber muss sein. Wenn er dann hier vorm Gebüsch steht, dann Messer ins Hals und dann läuft das. Und ich hoffe nicht, dass das der Typ ganz unten ist. Jetzt kommt er hierher gelaufen. Okay, packen wir es an. Komm her. Ja, nein, nicht in die Richtung. Komm her, du Ommel. Die lassen sich auch kaum locken. Das kommt noch. Das wird ein Kinderspiel. Das wird ein Kinderspiel. Der kommt Pato nicht her. Das ist ganz einfach. Mann, der Busch hier wäre perfekt einfach. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Ach, Mann! Uh-oh! Der Jagd die Hauptmänner! Der Mistkall schießt auf uns! Oh, das ist der dritte! Der Mistkall schießt auf uns! 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 Komm schon. Wir kriegen die Liste, aber was ist das? Was? Wie? Da hoch? Oh, toll. Schade, ich hab gedacht, jetzt kann ich flüchten und alles ist gut. Aber nein. Ach so. Sam, ich war im Tempel. Ich hab drei erwischt, aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem... Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Gut, ich hab auch was zu klären. Und zwar folgendende. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020